Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausdrucker. Und heute kaufen wir uns ein altes Haus mit Bunker. 115.000 soll das kosten, 196 Quadratmeter, zwei Etagen, zehn Räume. Verkaufe Haus zur Renovierung und seit Jahren hat dort niemand mehr gewohnt. Doch der Zustand des Gebäudes ist in Ordnung. Das Haus besteht aus drei Zimmern, ein Beidezimmer und ein Bunker. Ähm, let's go. Leute, ähm, was wollte ich sagen? Nicht mehr lang. Und, ähm, ich hole mir einen neuen PC. Naja, also es dauert wahrscheinlich noch so, ähm, bis 2025. Also praktisch bis nächstes Jahr. Und, wenn man es mal ganz so sieht, ist es ja auch bald schon das nächste Jahr, ne? Also wir haben ja jetzt schon den 13.11., wenn ich das Video hier drehe. Und in einem Monat ist Dezember, Leute. In einem Monat ist Dezember. Beziehungsweise in einem Monat ist schon der 13.12., wisst ihr, was ich meine? Digga. Ach, du Scheiße, was ist hier passiert? Kann man die wegmachen, nö? Aha. Hier räume ich ja erstmal schön alles auf. Ey, kann es sein, dass der Bug weg ist? Okay, ja, wer macht denn hier immer überall Graffiti-Däder dran? Das ist, glaube ich, jetzt alles weg, ne? Ah, ne, hier oben. So, ich glaube, die haben das behoben, irgendwie. Hier den Bug. Na, doch, ich glaube, die haben das echt behoben. Das nehme ich jetzt weg. Endlich mal. Wurde auch mal Zeit, sage ich. Zack, zack, zack. Zack. So. Kriegen wir hier mal ein bisschen. Bam, bam, bam. So. Würde sogar, glaube ich, den Tisch einfach da stehen lassen, oder? Den stelle ich auch gerne. Und bevor wir das machen, müssen wir hier aber erstmal die Stühle zur Seite packen. So. Zack. Der sieht zwar nicht mehr nur cool aus, aber ich packe jetzt hier keine neuen Müll rein. Ich werde wahrscheinlich einmal hier streichen. Oder so. Aber das war es auch. So. Zack. Gut. Bauen wir schon mal die Heizung hier ein. Guck mal, die ist sogar hier noch direkt drin. Direkt. Hallo. Können wir nicht montieren? Ne. Die wollen nicht. Ah, jetzt. Zack, zack. Zack, zack. So, jetzt bitte das Sofa wieder zurück. So. Die schäbigen Dinger können ja auch mal weg, ey. Hallo, Hand. So. Machen wir hier die Fenster mal so wahr. Zack. Inwiegen machen wir mal hier weg. Die sehen nämlich dumm aus. Ich glaube, ich streiche einfach die Wände neu, oder? Kann sein, dass sie das hier geändert haben? Weil guck mal, hier ist gar kein Rückstand mehr. Finde ich gut. Mann, die haben hier, glaube ich, wieder ein paar Dinge neu gemacht. Ah, hier ist der Ausgang. Gut, dann gehen wir jetzt erst mal ins in den Raum. Aha. So, machen wir hier auch mal alles sauber. Digga, wie kann man hier so wohnen, ey? Ja. So. Heizung. Zack, zack, zack. Das Bänd lasse ich einfach hier, würde ich sagen. Gibt ja eh keinen. Gibt ja eh keinen. So. Zack, zack. Da waren wir schon mal drin. Ach, das Badezimmer. Geil. Sieht hier sehr interessant aus. Was ist das für eine kleine Toilette? Was soll da denn reinwinkeln? Ah, hier ist noch Dreck. Aha. Hier ist auch irgendwo noch Dreck. Ah, jetzt nicht mehr. Wir tun jetzt ja erst mal nur überreinigen und dann machen wir hier alles neu. Die haben das echte neu gemacht. Das geht jetzt viel schneller hier. Da war ich drin, da war ich drin. Und hier muss ich noch. Ach, hier ist ja auch der Bunker. Ja, gut, den Bunker machen wir später, würde ich sagen. Wir machen ihn erst mal hier oben. Das Bett kann man hier weg, das brauchen wir nämlich nicht. Da bauen wir hier auch eben kurz eine Heizung rein. Um oben mal, die hier alle keine Heizung haben. Ist eigentlich geil, einen eigenen Bunker zu haben, oder? Also, im Krieg könnt ihr einfach da rein und jala. Ach so, wir müssen die auflassen. So, jetzt gehen wir erst mal hier rein und machen hier alles weiß. Und kaufen auch mal Gips. So. Zack, zack, zack. So. Ist hier noch irgendwo was? Ne. Doch, da. Jetzt aber. Okay. Ne, hier wieder raus. Weiße Farbe brauchen wir jetzt. Weiß. Äh, weiße Farbe. Warte mal, weiß. So. Weißer Schnee, nehmen wir L. Wir brauchen sowieso einen riesigen Topf, äh. Zack. So. Weißer Schnee, haben wir jetzt nicht drauf. So. So. Gerade eine Nachricht gekriegt. Da wollte ich jetzt nicht drauf. So. Weißer Schnee, haben wir jetzt nicht drauf. So. So. Weißer Schnee, haben wir jetzt alles weiß gemacht, jo. Zack, zack. Zack, zack. Boah, dieses blöde Bett hier. Das geht ein bisschen auf den Sack. Hä? Was ist das denn da? Ach, ein Spinnennetz. Das sieht man nur nicht, weil es zu weiß ist. Hä? Wir haben die Wand einfach zu weiß gemacht. Dann machen wir jetzt hier einmal. So, dann machen wir jetzt hier einmal. Bam, bam, bam. So. Perfekt. Machen wir hier auch diese Dinger hier weißer. Okay, dann gehen wir jetzt in den Raum hier. So. Perfekt. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen kleinen Cut und streiche jetzt hier einfach mal alles weiß. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich hier alles weiß gestrichen habe. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich habe jetzt hier einmal alles weiß gestrichen. Fragt nicht, warum das hier ist. Das ist wegen dem Badezimmer. Und wir gehen jetzt gleich in den Bunker. Ich mache schon mal auf. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier alles schön weiß gestrichen. Oh, hier ist noch ein bisschen dreckig. So. Ich habe hier schön alles weiß gestrichen. Hier auch. Badezimmer sieht so aus. Habe ich jetzt hier einmal so Boden und mir Wandfliesen dran gemacht. Hier Waschbecken und eine Toilettenmäue. Und hier habe ich auch einmal weiß gestrichen. So. Gehen wir jetzt mal in den Bunker. Ach du Scheiße. Warum sieht er so aus, wie er aussieht? So. Ich mache jetzt hier erstmal alles sauber. Ich will nicht hoch. Zack, zack, zack. So. Perfekt. Ich lasse den Kram jetzt einfach hier so liegen, weil ich habe keinen Bock, den hier alles wegzuräumen. Dann packte ich jetzt nur den ganzen Müll weg. So. Perfekt. In die nächste Tür. Da ist noch was. Zack. Jetzt sind hier zwei Türen. Ach so, da ist ein Badezimmer hier noch. Hm. So. Ah, ich bin endlich am Ende angekommen. So. Hier reinigen wir auch nochmal. Zack. Zack, so. Toilette und so mache ich jetzt auch nochmal hier unten neu rein. Ne, warte mal. So. Hier, Toilette. Okay, so. Dann mache ich hier auch nochmal eine neue Toilette rein. Zack, zack. So. Hallo, montieren. Danke. Und ein neues Waschbecken. Becken. Zack, zack. Bam, 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 bam. Okay. Okay, so, dann sind wir jetzt hier auch fertig. Gehen wir hier einmal wieder hoch. Und wir verkaufen jetzt das Haus. So. So. Ach nee. Der Ausgang ist hier. Ach so, ich habe auch die Türen geändert. Merke ich gerade. So. Äh, wir verkaufen es jetzt. Wir haben 115.000 dafür bezahlt. Oh, stark. 19.000 direkt Platz gemacht. Wir machen nochmal so. Ja, gute. Nee, 5000 jetzt nicht. 2005. 2005 machen wir nochmal mehr. Und dann hast du es. Ja, perfekt. Verkaufen wir. Angebot annehmen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord selber vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab dem Traum auf den Tag. Haut rein. Euer Sando. Ciao. 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 Ciao.